Wie bindet ihr eine Krawatte? Das zeige ich euch. Als erstes macht ihr die schmalere Seite auf die linke Seite und die dickere auf die rechte. Die dickere muss aber ein bisschen länger sein. Dann macht ihr die breitere Seite über die dünnere. Einmal drum herum. Wie ihr das gemacht habt, gebt ihr unter die Krawatte mit dem dickeren Band und einmal oben durchs Loch. Dann steckt ihr die Krawatte hier vorne durch. Dann richtet ihr euch die Krawatte. Dann seid ihr fertig. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Dann se